Spillett auf ihn schießt, ohne Stunt Das stimmt Ganz ehrlich Die schießen nicht von alleine auf ihre eigenen Landsleute sozusagen Ganz ehrlich, das ist ja total bescheuert Da zieht die von deinen ab mittlerweile, da die Pad Dann die Pad los Glauben wir nicht Zwei Teese Zwei Teese direkt übereinander, Hammer Zwei Teese sind ja hier direkt übereinander, Hammer Du musst das Das scheit So, paar Schuhe haben wir Oh, Hammer Vier Eisen braucht das, das war jetzt richtig teuer Ja, nicht mal etwas, ne? Ne, Helm hab ich schon Oh, gut, stimmt Helm hab ich schon, nochmal zwei Eisen, muss man so ein Panzer machen Du hast 30 Eisen, aber ich kann es nur eine komplette Rüstung machen Ich glaube ich schaffe auch eine komplette Rüstung Du brauchst, ich glaube 24 Ja, ich schaffe es ja Ja, mein Gott Doch, du hast doch schon einen Helm Na, helm hab ich schon ja Was siehst du? Ja, siehste Da brauchst du schon mal 5 weniger, da sind nur noch 19 Ich glaube ich So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, wo was Rindfleisch mit noch haben Dauert ist so lange Ich hab nur einen Ofen, hier ist kurz Chiller Dauert ist so lange hier, ey Jetzt habe ich immerhin schon mal zwei Oh, Dore Ey, die sind schon zu schief, meinst du Zu vollgeschissen wär Okay, na läuft Boah, am Ende, du hast gleich noch hier das Ende erreicht, Jäger Wenn du so weitermachst So gut, ne? Ne, ne, bin ich auch Oh, so Was denn? Kevin, was lachst du da? Nicht Facebook Ja, ich kann dich nicht Ja, es ist nachts und der muss da draußen bauen Und der hat ja keine Rüstung, weil er Bock ist Ich hab ein halbes Herz, weil ich auch kein Essen krieg Ich muss jetzt die Nacht warten Oh mein Gott, Kevin So, also was soll? Ja, ich hab ein halbes Herz und vor mir natürlich den Creeper, den gibt's auch Ja, ich komme auch zu dir Aber mit was zu essen, bitte Ja, oh mein, ich gib Ne, komm Das lohnt sich nicht, dem was zu erklären oder ähnliche So Ich glaub, es reicht noch für einen Spielzeug Ja, perfekt Ich hab nur noch elf Brote Aber noch verdammt viel Fleisch Fleisch, vielleicht ist mal gut Fleisch hab ich was, ich hab auch meine 20 Hühner hier Ne, hab du zehn Fleisch Ne, ich hab ich zehn, ne? Eier, Tore? Ne, Kevin, soll ich dir sieben Eier geben und du machst dir eine eigene Hühnerfarm? Aber was für zwei Hühner reicht, ist zu aksig Ja, komm Er braucht doch nur eins Da liegt dann auch wieder Eier und alles Stimmt Bei Hühnern? Bei Hühnern brauchst du nur eins Ja, dann nutze ich den Gelegenheit und geh mal zu Alex und such mal, wo er seinen Kram hat Ich hab dann noch mal die anderen Eier eingesammelt Ich habe jetzt 16 und noch ein paar, Kevin Die kann ich dir gleich alle geben Kann sich, äh, Torea mal in Alex essen und gucken Mit Eier, ich hab aber Das ist auch mein Job, deswegen macht das auch nicht Oh, Spinne Oh, Spinne Weg hier, weg hier, weg hier Oh, Spinne ist da mehr Wer ist da schon? Nee, kann das nicht Nee, will auch keine Kämme hier Kevin, die kann ja auch noch verrottetes Fleisch Das ist doch, aber recht doch Ja, ganz ehrlich, das reicht auch schon anfang Kein Problem Ich hab ja schnell gemacht Verrottetes Fleisch haben wir auch noch Ja, also zum Lot haben wir das auch immer noch, das ist kein Problem, ne? Hier kommt eigentlich keine Musik, hab ich Musik aus? Los! Ich hab auch keine Musik, ich weiß auch nicht warum Suchst du die mal an, ich hab was krüger Bei mir Fockler Alex, bist du bei dir? Ich bin gerade bei mir, ich muss noch kurz was sortieren, ich komm sofort Du, ich seh ja nicht raus Na, jetzt aber Tag, Alex Nee, ist auch nicht Tag Siehst du? Äh, die Monster fangen an zu brennen bei mir Ja, dann würde ich noch ein bisschen braten Dann würde ich immer noch ein bisschen braten Dann würde ich immer noch ein bisschen braten Ja, Tori, ich bin auf der anderen Hälfte der Erdkugel Ja, sicher Soweit du fährst, bist du schon Oh, das ist ganz aus Das ist ja echt witzig, wenn man manchmal weiter weg ist, dass da Tag ist, an der Nacht, weißt du? Oh, das geht aber nicht Ne, klar, aber sehr witzig Ist ja witzig, Mama Hier kann man der Sonne mit dir herrennen Oh, Leute, der kleine Huhn ist auch draußen Ja, wo Alex, wo bist? Deine komische Butze, sag ich, und scheiß Ich warte es mal, Kevin Nennen wir es Butze Keine Ahnung, muss irgendwo, Kevin ist das Chaos und Maihaus sieht man deutlich und du bist irgendwo ein Erdkind bist du, ey Ja, ja Keiner Kind Bin ich auch noch Kein Problem, aber kein Problem mit Ich war es bei Kevin, ne, bis du kommst aus Kevin Ja Alter, das sieht so richtig scheiße aus, ne Ja, das ist doch der Windows-Kill, ich glaube nicht, dass das schön sein soll Doch, das ist doch schön sein, Topmodel Das Kind ist das, glaube ich Ne, ich war auf die andere Skin, Tore Ganz viel heiß, Minecraft Oh, ganz leger Am Freitag hab ich gehört, Tore Ja Hab ich auch gehört Ja, hab ich auch gehört Ja, du kannst ja Du kannst ja Thomas, hab ich schon zwei Stacks Eier, Tore Du kannst ja auch einen Stack abholen Kevin und du kriegen einen Stack Läuft doch Ja, kommst du mal ran hier? Ja Ja, ich bin gerade auf dem Weg Warten hier bei Kevin Wo ist denn dein Müll? Weiß ich auch nicht, hab das auch noch Hier Ja, hier Geh mal zu deiner Treppe, dann siehst du mich eigentlich Ich steh weiter auf der Treppe Da Sieht du an? Links, hier Links Ja, links Ich spring hier unten, hier unten Ich seh das nicht Hier, wo der Koppelstumblock in der Luft schwebt Hä? Neben den Kühen Links neben den Kühen von euch aus Das sieht man nicht, das ist so ein Berg im Weg Ich war da kaum mitgerissen Da ist er, da kommt er ja Hallo Hallo Ja, ich komm jetzt, der Mann Daraus von Walde kommt er Da ist er Daraus von Walde kommt er her Ja Was soll ich sagen, es ist Weihnachtet sehr Hat sie auf euch Ist das auch nicht abholz Gut Dann mach ich mal kurz den Zaun hier Munderatholz Ach scheiße, Kevin, ich brauch noch was zu essen Sag das doch Ne, ne, die Eier reichen nicht Seine scheiß Bude hat, hey Da haben wir Du hast ja schon gar kein Essen mehr Kann man jetzt kein Essen mehr haben? Kann man jetzt kein Essen mehr haben? Das passt Alles klar Ach hier Loll, was ist das denn? Ach hier Ah, ich komm die Konzer mal ran jetzt Oh mein Gott 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 Was denn? Hier in der Natur, wo du eben nachguckst Guck da noch mal rein Oh mein Eier 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 Was probar heute noch? Na Alex Guck mal hier gleich Ja, ich geh mal runter, ne Alex Ich koch grad noch mein Fisch Ich hol den Stripmine Würde ich nie machen Brauchen Rohstoffe Ich baue ich viel Pflanzer vor Bäume Oh Alex, ne Das war aber ich später nochmal mit der Scheiß Treppe hier Ey, da haut man immer hier einen Block oben Ich weiß Das ist doch scheiße Das ist auch jetzt nur provisorisch Mein Gott Ja Das einige Menschen sollte das nicht kapieren Das ist anfangs nur Das ist professionelles Arbeiten hier Oh das ist provisorisch Profisorisch Profisorisch, weil wir hier höhere sind Profisorisch, wer es glaubt Ich mach dir grad deinen Fisch fertig Du kriegst den Fisch Und ich pflanze grad... Nee, die Eier Ja und die Eier Und den Fisch Einen Fisch sogar, Alter Was für ein Luxus Check ich nicht so viel Oh, willst du auch noch einen Fisch? Oh, willst du auch noch einen Fisch? Ne, ich hab neun Steaks Das bräuchte mir erstmal Du hast ja keine Sonne Du hast mir die ganze Hälfte der Fische in die Truhe legen Und keinem tut die andere Hälfte Du hast mir die ganze Kühe weg ist Nektor Ja, dann such scheu Ich finde, da wo sie waren sind sie nicht mehr Ja, dann so neu, ich muss auch kühlen Ah Kevin, wo bist du? Ich bin grad auf dem Weg zu den Kühen Erstmal um die zu fott Und ich bin bei den Kühen Und ich bin bei den Kühen Weil ich grad äh... Weil ich grad baum und bin nämlich ein Gehege bauen kann Wahnsinn Er wusste Du hast nen Baum... Äh... Du hast nen Baumschweiler an, um welchen Hege bauen kann Oh leu, da sind drei Ich find das voll geil, dass im Regen jetzt separat leise machen kann Geht das? Weiß ich gar nicht Doch, das geht Steht denn Oh, du hast nen Ständer Oh, du hast nen Ständer Wo soll ich dir die Eier und alles hinpacken? Ich pack sie mal in dein Haus, ne? Pack sie in die Truhe an dein Haus Aber du hast nur noch ein halbes Herz Ich würde auch passen, Kevin Weißt du, Kevin, anstatt einfach mal Das Gras, was vor deiner Butze ist Ab zu... Was weiß ich n? Ne, ist ja Deko Deko? Gras Kevin raufs Gras Deko Also... Marsch ist aus dem Weg Alter, die Treppe sieht ja auch scheiße Ja, sonst ist der alte Carlos Und die Treppe eigentlich die baue ich grad im Mongo Wegen Kappikhaus und kein Loch Ich brauch keine Treppe, du Lahm Wegen Kappikhaus und kein Loch Oh Dann ist die Blöcke gerade weiß, weil da Schnee ist Natürlich Leu, auf Kevins Treppe? Nein, es ist neu, Alex Kevins Haus ist im Schneegebiet und... Oh nein, es ist neu, Alex Die Schneegebieter verschieben sich Die Schneegebieter kann auf einmal bei dir anfangen zu schneiden Das ist neu jetzt an dem Bad Ah, cool, Diamanten Diamanten Es kann überall außer in der Bicep auf einmal anfangen zu schneiden Das ist einmal... Dann erwischt ich doch ein bisschen Also überall kann auf einmal ein bisschen Schneegebiet werden So, guck ich die Diamanten ein Super Warte, warum hast du ein Diamanten, Junge? Das ist ein Wankstrip mein Gang Ja, und? Recht für dich Aber nur ein einzig weiter Ja, ich hab hier so ein geiles Schneegebieter Oh, Kevins ist in der Truhe Okay, dann muss ich mal das schönreden Aber ins geheimen ärgert der ist richtig Scheiße Schneegebieter Ich find das egal, hier ist ja nur ein bisschen Schneegebieter Ich hab voll Schneegebieter Ich erinnere mich auch ins geheimen Scheiße, Tor Meine Diamanten weggesteilt Boah, 1 1 2 Und? Weggesteilt Also, Alex Während deiner Tüge der Scham gebohrt Was? Eisen Ja, ich... Ich brauch eine Spitzart Nein! Kannst du euch aufhören bei mir zu farmen? Ich fahr schon Oh, Sache wo er farmt Ja, er farm bei mir in meinem Haus Bei meinstrip, mein Ding In meinem Haus Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, das war ein Gyper Ich farm immer... … Alex, ich farm immer in... äh... Troops Truhen Das ist natürlich auch ne gute Idee Ja, da könnte ich auch mal gehen farmen In Tro... äh, Troops Truhen Oh, die... oh, die... Diamanten, geil Man hat... man hat heut wieder Glück Ich bin immer... Alter, hier ist mal der fette Lavasee Wir müssen in der Höhe Scheiße, das ist nicht gut Der von dem 1 drückt mein Gang ist in der Höhe Hast du gut geschlussfolgert, nachdem ich es dir nachher tausendmal erzählt habe Der hier ist wohl der fette Lavasee, ich kann mir überhaupt nicht vorwärten Ja, das auch Oh, der fette Lavasee und so Digga Boah Ja, ich weiß was gegen jetzt Oh, nochmal 16, Alter Okay, okay lang Oh, hat der schon seine 16 Oh, jetzt schmal ich nochmal die Eier rein, wenn jetzt kein Huhn aussieht, dann brachte ich aus Ja, dann kann ich dir nochmal welche geben, ich will kein Problem Drei, nix, vier, nix, fünf, nix, sechs, nix, sieben, neun, neun, ach, oh! Zwei, drei! Alter, die Hühner, da ist es schlecht. Zwei, drei, ich bin noch 16 Eier. Das ist relativ unklar. Kann man nicht wirklich verstehen. Ja, wenn du 12,5% Chance hast, ist nicht schlecht. Ah, jetzt hab ich ja voll das Schneehaus, hier sieht ja richtig witzig aus wie das Schnee. Also das Witzige ist, hier schneit's, ne, und wenn ich jetzt zwei Schritte rausgehe, dann ist der Schnee weg. Ja, dann regnet's auch teilweise. Dann regnet's ja, wenn ich fünf Schritte rausgehe. Ja, ich hab ja überall Viecher. Höhle? Meines Repp ist genau auf, ja. Ja, Tor, wie schon gesagt, da ist ne Hühle. Loll, das ist super. Ja, davon weiß ich nicht. Wie kann man Hühner jetzt fortpflanzen? Mit, auch mit, immer noch mit Weizen, oder? Ne, nicht mit Weizen, äh, mit Samen. Mit Samen, genau. Diamanten, Alex! Nein, 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 nein! Okay. Hey, du Dreck-Sau. Ja, ich sterbe auch. Scheiße. Na, ich komm nicht mehr weg. Ja, okay. Das war gemein, okay? Scheiße, Alter. Hat einen Grund dafür schlagen die, oder? Ne, ich hab einen Diamanten unter mir weggeboren, darunter war Lava. Hier reingefallen. Ah, schön. Und mein Haus ist auch mit Schnee. Scheiße. Da gibt's vielleicht die Diamanten sind weg. Scheiße. Ja, hier haben wir das Schneegebiet. Das ist neu sein Pad. Ja, ich schieb dir aber auch ganz ehrlich recht. Ja, das hab ich ja nix mehr. Super. Scheiße. Ohhhh, Tore. Mal A legt immer noch, immer noch Salz die Wunde gießen, Tore. Mal gucken, was mach ich denn jetzt überhaupt hier. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ich muss Weihnachten noch Geschenke kaufen, ey. Warum? Was willst du eigentlich Farmen gegangen weg? Erstmal, wenn es um das Weihnachtsgeld warten, dann mal gucken. Ne, lach halt jetzt nicht. Da hängt noch ein Diamantrum. Wen, wenn du mich weglost. Ich kill dich die ganze Zeit, ne? Ist ja auch deiner, ne? Die hab ich gefunden, weißt du. Tore freigelegt. Erstes Schritt mal gegangen ist, wo ich weitergehen wollte. Achso, ne. Okay. Der Mann holt mir jetzt mal. Ach, scheiße. Und ich bin, ich bin skelett. Ich sterb jetzt. Zack, zack. Voll. Ich baue ihn dir mal ab. Voll Lava-See rein, ne? Kann man nicht mehr raus. Voll rein. Achso, dann sag ich die Eier, ne? Ja, kein Problem. Ja, stimmt, die Eier sind auch weg. Oh, fuck. Oh, ja, okay. Die kann ich ja auf jeden Fall. Die üblich auf jeden Fall neu. Ja, wo du bei Eier. Jetzt hab ich den Eier. Ach, du bist hier gerade weitergegangen, du Lappen. Alter, wenn du da jetzt in dir mal holst, ne? Ich mach dich blöde, ey. Hä, wo ist denn der? Da ist keiner. Die fette Lava-See, wo man nicht drum rum kann, du Lappen. Wenn du eskalieren, sagst du. Achso, Alex. Ach nee, da geht's auch noch weiter. Alter, Alex. Ich war mir nicht. Hey, theoretisch bist du ja sowieso bei mir Farmen gewesen. Oh. War knapp. Ich guck mal kurz weiter. Ich will nur mal kurz gucken, wo du denn reingefallen bist. Ich will nur mal kurz gucken, wo du denn reingefallen bist. Ich will nur mal kurz gucken, wo du denn reingefallen bist. Ach, da bist du reingefallen. Und das auch. Du brauchst doch unter dir ab. Tore, da müssen wir mal genau nach dem Minecraft-Gesetz gucken, wer jetzt der Eigentümer, der sich Diamanten-Flop ist. Das ist meiner. Theoretisch Tore oder Allen zuerst gesehen hast. Weil da er mit Farmen geht habe ich natürlich das Komitee auf einen Anteil abzurekommst. Achso, Tore, Tore, Tore. Ich verstehe nicht, Tore. Was? Ich will ihn nicht gleich weg. Ich gehe jetzt zum Alex. Tore, der hat mich einmal abgeschmissen. LOLL, die Hexe hat mich abgeschmissen. Du bist ja nicht unter mir, die Hexe hat mich eben schon gesehen. Achso, ich habe die Hexe getotet. Ich habe schon mal gewonnen, wie du die Hexe Damage kriegst. Ja. Komm hier, ich bin hier oben, Tore. Nein. L-lol. Ich bin hier oben. Alter. Wie schlecht war das denn? hey tor ich bin hier oben ja klar die beine jetzt darfst du wenn man mal bei meintras beine brechen würde denn die bitte nicht und ich hab meinen riech jetzt nicht ich hätte mir doch mal packen machen irgendwas vergisst man immer alex scheiß was ich finden will ja ist dann neben den kühlen ist der hammer schwer alle erde vor dass du da nicht so dass da keine fliecher reinkommen ja super jetzt finde ich das nicht wo was ist das denn uh redstone aber ich komm noch mal hooo ja mach den eingegangen ja auch ja alex das hat sich in die erde eingebunden ach doch da da hat nicht hacken die erdeblock ohne luft ja und der kubbelstone block aber setzt die erde da auch wieder hin dass da keine fliecher reinkommen achso ok nur deswegen ist er da die tür wenn ich mir zu schade was findet ihr besser in echt regen oder schnee was findet ihr besser in echt regen oder schnee also regen wenn es schneit ganz ehrlich ich glaube ich bin ich für fliefe fliehe ich glaube ich finde schnee besser aber schnee ist halt nur wenn es jetzt schneit dann stört es nicht so beim fahrrad fahren wenn es voll regnet das geht so aus dem satt hin ja glatteis bei schnee ist ja nicht störend ne ja wenn es schneit dann kommt es dann kommt das glatteis auch ja